Nelly! Hallo meine Kleine! Die süße Mausi! Ja grüß dich! Hallo! Guck mal an die Kamera! So, feines Mädchen! Meine Hand sieht man nicht, ne? Ja! Ja, gut! Ja, gut! Ja, gut! Ja, gut! Ich komme jetzt in der Kugel! Ich komme aus Küchen und Buchen! Sie spielen in den Schiffen, Begune! Ich komme aus Küchen! Ich komme aus Küchen! Jetzt sagte die Kugel! then Oh, tut ihr alles für die kaputt. Das war zu schnell, oder? Nein, aber gut. Der Schwein ist Taschentraining? Ja, macht das Spaß? Ja, kannst du das schon so fein und raus auch? Du Gute. Ja, du Gute. Du kannst so fein tanzen. Ja, das weiß ich, aber du bist zu nah. Was willst denn du haben, Fräulein? Bist du ein Wackelpo? Ja, so ein feiner Wackelpo. So, Madame ist Reise fertig. Taschentraining beendet. Geht bestens. Fühlt sich wohl? Eine kleine Prinzessin, ja? Machst du toll. Aber so ein feines Hund. Hallo. Du bist so lieb. Fein gemacht. Guck, die anderen sind neidisch. Die kommen nicht mehr in die Tasche. Goldi passt nicht mehr in die Tasche. Goldi sucht auch ein schönes Zuhause. Gell, Goldi? Du bist so eine tolle Maus. Du? Nelly? Nelly? Du willst es sein? Du auch? Ja? Müsst du für arbeiten. Genau. Ein bisschen Dessert? Mhhh. Gute Sachen. Wasserbespelchen, heute ist das alle. Was ist die 없어? So montiere. Und dann Quadratun �ttq und fröhnen. So ist mal ein clever. Jawohl. Jetzt2 Dickerchen. back in front. G grassroots fütten Mhh, das ist aber fein. Huhn mit Reis. Und ein paar Spinat dabei. Wie freuen wir jetzt Gassi? Ja. Wie viele kleine Hundes passen da rein und freuen sich? Wer freut sich? Wo ist denn da hinten noch wer? Guck mal, da hocken noch welche. Juhu. Neun Stück passen bei Carlos ins Auto und freuen sich jetzt auf einen großen Spaziergang. Und die Königin sitzt hinten. Ganz brav, wohlerzogen. Ein toller Hund, die Leonhard. Die wartet auch noch auf. Komm, fein. Hopp, hopp. Komm, meine kleine Maus. So ist fein. Gut machst du das? Ja, klasse. Ja, klasse. Hey, musst du durch den Dschungel hier? Super gut. Prima. Du kleine Mausi, du. Kleine Mausi. Ja, grüß dich. Komm her. Wo willst du denn hin? Willst du einen Taschenhund? Ja. Guck dir die Taschenhund? Ja. Super. 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 Begum her. Aber du freutchen gibst du auch. Danke. Freutchen kannst du gehen. Danke. Oh, wie lieb du bist hier. Ah, du bist eine Geier da. Wie lieb du bist. Ah, so ein Mädchen. Toll. Möppi. So ein liebes, zärtliches, kleines Mädchen. Ganz toll. Weiss hier in das hier. Also ein bisschen, wöß. Wie lieb das hier. Wöß. Ja. Und dann gibt es einen schönen. Und da wird es einen schönen.